Na ja, erstmal freue ich mich, dass das jetzt geklappt hat, dass gestern die Gespräche sozusagen beendet wurden. Jetzt bin ich angekommen und habe noch nicht so viel gesehen, außer die Arztpraxis bis jetzt. Aber ich freue mich, ich bin total voller Vorfreude jetzt, dann auch morgen leider erst die Mannschaft kennenzulernen und auf Platz zu sein. Das ist der Grund, warum ich da bin. Ich war mit dem Jan schon länger in Kontakt, schon über zwei Wochen und es war einfach eine schwierige Situation für beide Seiten. Ich bin froh, dass es jetzt am Ende geklappt hat, dass ich meinen Vertrag auflösen konnte und somit dann hier ablösefrei hinwechseln konnte. Und ja, wie gesagt, es ist eine lange Geschichte gewesen und einfach froh, dass ich jetzt hier bin. Ne, leider war ich noch nicht hier. In der Stadt weiß ich überhaupt nichts. Ich habe ein bisschen was gehört, aber selber mein Urteil darüber machen und wie gesagt, für mich ist es wichtig, einfach jetzt wieder Fußball zu spielen. Na ja, so ein Medizin-Check ist Mittel zum Zweck und ich glaube, kein Spieler macht den besonders gerne. Wir sind am liebsten auf dem Sportplatz. Die Arztpraxis hat absolut gar nichts damit zu tun. Von daher muss es aber sein. Natürlich muss der Verein auch sicher gehen, dass er oder was er da eingekauft hat. Und deshalb verstehe ich das vollkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017